In Deutschland auch mit den Widerlingen von der AfD. Diese Abgeordnete aus Deutschland werden Sie in wenigen Augenblicken kennenlernen. Kurz zumindest, Hildrud Breyer von den Grünen. Kommen Sie doch rein, was ist denn das Problem? Ich finde es unverschämend. Warum ist das denn unverschämend? Haben Sie ein schlechtes Gefühl, sich jetzt hier gerade einsch... Warum sprechen Sie nicht mit uns? Sie sind Abgeordnete des Europäischen Parlaments. Hildrud Breyer will ihr Gesicht nicht zeigen und verlässt über die Treppe die Tagegeldetage, ohne sich in die Liste einzutragen. In Deutschland auch mit den Widerlingen von... ...den Grünen. Hildrud Breyer Hildrud Breyer Hildrud Breyer